Auf die Plätze, fertig, los! Ja, wir freuen uns sehr, dass wir uns heute hier beim Kinder-Nacht-Rennen mit präsentieren können. Denn auch für uns ist es ein wichtiges Anliegen, hier dabei zu sein. Wir suchen nämlich noch jede Menge Mitarbeiter, die uns dabei helfen, unser schnelles Unternehmen weiterzuentwickeln. Denn Schnelligkeit, ich denke, das kennt auch jeder Radsportler, da geht es um jede Sekunde. Und genau das ist es auch, was wir bei DHL am Luftprachtrehkreuz jede Nacht machen. Insofern, jeder Radsportler oder begeisterte Sportler ist dazu angehalten, sich zu bewerben unter www.anpacken-dhl.de. Und dann freuen wir uns auf Radsportler, die tatkräftig sind und denen es auch um jede Sekunde geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017